heyo leute was geht mein tag schon ganz interessant angefangen zum einen beim friseur gewesen im baumarkt noch gesucht dann gab es noch lecker pizza tanken gewesen schon und jetzt geht es einfach los wo eben noch gucken ob ich einen schreibtisch finde mitnehmen werde ich wahrscheinlich noch nicht falls ich was finde schreibtisch gefunden der mir wohl gefallen würde haben jetzt erst mal noch nicht mitgenommen muss noch mal gucken dass ich entsprechend passendes auto krieg jetzt werden wir erstmal noch einmal das auto von außen ein bisschen sauer machen und nachher noch ein bisschen was aufnehmen und da bin ich mir noch nicht sicher gucken morgen vielleicht noch mal eben los zu kartbahnen das schneiden wir dann hier noch mit rein machen wir das auto erstmal sauer so 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 so